Ich fühle mich zuhause, weil ich schon immer ein Schönwetterfussballer war und das jetzt verbinden, Reisen, das ganze Feeling, das Ganze eigentlich für mich nicht unbeschreiblich. Und ich geniesse diesen Moment und habe das jetzt zu meiner Teilzeitstatus annehmen und reisen, das ist Lifestyle pur. Wenn man Beach Soccer in den kalten Ländern spielen würde, wäre ich immer noch dabei. Wie gesagt, zum Beispiel in Russland, wo man vielleicht einen guten Monat, ein wenig Sonne hat, gutes Wetter und ich habe doch fünf Jahre in Russland spielen dürfen, wird dieses Jahr auch wieder in Russland spielen, mich messen mit den weltbesten Spielern. Und für mich ist es besser, wenn es 30 Grad ist und wenn es oben brennt, das habe ich gerne. Aber umso besser, es macht einen noch mehr, wenn es schlechtes Wetter ist und es regnet. Aber mir persönlich macht das nichts aus. Ich persönlich bin einer, der gerne unter den Leuten ist, eben wie mit Angelo, mit Sandro Spacaratella, wo wir immer wieder zusammen einen Kaffee trinken gehen, ein wenig abschalten, ein wenig nicht gross über das Spiel reden, sondern wirklich einfach über Sachen, egal was es ist, speziell über das Spiel nicht gross. Sondern wir unterhalten uns, entspannen bei einem Kaffee und sind dann wirklich nachher auch erholt und dementsprechend auch fokussiert auf den Matsch.